Es kommt eine schöne Geschichte, wie ich mit Terrence vor einem Jahr ungefähr in Berlin gespielt habe und er hat mir noch ein bisschen Zeit zum Soundcheck. Wir sind also morgens mit dem Zug gefahren, sind mittags angekommen und sind ein bisschen durchs KDW spaziert und dann haben wir gedacht, was machen wir jetzt? Und dann habe ich gesagt, komm, ich gehe mal kurz in die Gedächtniskirche. Da bin ich mit meinem Papa immer so gerne reingegangen, wenn wir in Berlin waren. Die meisten wissen ja, dass mein Papa nicht mehr dabei ist, sitzt jetzt da oben auf irgendeiner Wolke. Und dann bin ich mit Terrence sozusagen in die Gedächtniskirche gegangen und haben uns da so einen wunderbaren Chor angehört, haben ein bisschen gebetet. Und da hat er mir erzählt, dass auch sein bester Freund, sein Vater, von ihm gegangen ist, gerade kürzlich. Und dann haben wir beide da gesessen und mit unseren Vätern gesprochen und deswegen schicken wir den Song heute ganz nach oben zu deinem Papa, zu meinem Papa, zum Arians Mama. Und der Song ist von mir, den gibt es hier vorne noch auf der CD. Einige kennen ihn, die anderen werden ihn jetzt kennenlernen. Ich schicke dir einen... Amen! Amen! Das war's! Ich sitze hier am Fenster Geh mir den Scherzen nach Ein Augenblick voll der Stille Ich fühle keines mehr Ich fange an zu träumen Ich glaub ganz fest an dich Erzähl dir meine Linze Ich sitze hier ans Licht Ich sitze hier am Fenster Engel nur für dich Und jemand macht die Chance Und jemand macht die Chance Und jemand macht die Chance Deine Tränen für dich Ich sitze hier am Fenster Engel nur für dich Und jemand macht die Chance Und jemand macht die Chance Und jemand bei dir ist Der dich niemals vergisst Ich ende jetzt mein Leben Noch ist es nicht zu spät Ich mach mir keine Sorgen Und ich weiß, dass es noch nicht Und ich weiß, dass es noch nicht Ich seh' nicht interpreted Du hast es nicht Deine Tränen für dich Amen. 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 Amen.